jo meine lieben sehr geehrten damen und herren ich bin es wieder einmal und ja ich zeige ich wieder mal eines meiner gta spiele gta spiele aber dieses wieder ist es kein online video aufnahme dieses mal ist es von einer story halt und ja ich hoffe es gefällt euch trotzdem auch von nur von der story modus ist genau von dieses teil gta natürlich für die playstation 4 dieses gta 5 und ja ich hoffe das video was ich euch gleich herzeigen werde dass es euch gefallen wird und ja ich würde sagen dann wünsche ich euch von tiefsten herzen viel spaß auch ja ja und ja 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020